The best things in life are free, but you can keep up all the birds and these, and it'll be mine. That's what I want, 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 that's what I want. Was verdienst du denn hier? Viel zu viel. Was bekomme ich, ist auch eher die Frage. Ich kriege eine Diät, das sind nach Abzug der Steuern so 5.000 in etwa, für jeden Tag, den ich hier unterschreibe, 324 Euro steuerfrei. Und dann gibt es noch etwas, das nennt sich die allgemeine Kostenvergütung, das sind auch nochmal 4.500 Euro. Und der Witz daran ist, man muss niemandem darüber Bericht erstatten. Das kann ich erst. Okay, und das ist auch kein Witz, das ist jetzt gerade von heute, Anpassung der parlamentarischen Vergütung für die Mitglieder, das wird nämlich jetzt wegen der ausgewiesenen Inflationsrate von 4,4 Prozent mit Wirkung zum 1. Januar 2022 um 4,4 Prozent erhöht. Und Leute, macht euch keine Sorgen um uns, Bier kommt klar. Ich habe so Tampons, kostenlose Tampons von einem, Entschuldigung, von so einem weiteren Budget, von dem ich eben gerade noch gar nichts erzählt habe. Ich habe natürlich noch ein PR-Budget. Und ich habe gesagt, wäre es nicht sinnvoll, irgendwas mal konkret zu machen und irgendwie Menschen zu helfen. Und dann habe ich dazu aufgerufen, Leute, braucht ihr kostenlose Tampons? Und dann konnten die sich einfach melden und dann haben wir das denen kostenlos zugeschickt. Zum Beispiel soziale Einrichtungen, Geflüchtetenhilfe, all sowas. Und kurz danach habe ich einen Brief vom Finanzdirektor höchstpersönlich vom Europäischen Parlament bekommen, dass ich doch darauf achten müsse, sparsam mit den Mitteln umzugehen. Und das ist so ein typisches Beispiel dafür. Kaum macht man etwas, was Menschen tatsächlich hilft, sagt dieser Laden, der eine halbe Milliarde ausgibt pro Legislaturperiode, nur um hin und her zu fahren zwischen Brüssel und Straßburg. Achtung, bitte sparsam mit dem Geld umgehen. Und da denke ich auch so. Was hat das gekostet? Wie viel hast du davon machen lassen? Ich habe dann nochmal nachgelegt, nachdem ich diesen Brief bekommen habe. Ich glaube, waren es so 25.000 Euro? Also nichts verglichen mit? Nicht ganz eine halbe Milliarde Euro. Ja. Bekommst du dann noch irgendeine Art von Pension? Also ist das jetzt was für deine Lebenszeit? Gut, dass du fragst. Ich kriege erstmal ein Übergangsgeld. Ich kriege noch sechs Monate weiterhin Diät. Und tatsächlich kriege ich auch für jedes Jahr, das ich drin bin, später mal 300 Euro Rente in etwa. Man sollte schon so viel arbeiten, dass man noch einmal wiedergewählt wird. Dann hat man nämlich zehn Jahre im Parlament. Und dann kriegt man zehnmal 300 Euro Rente irgendwann. Und dann hat man ja auch zehn Jahre lang 60.000 Euro theoretisch bekommen, steuerfrei. Wenn man jeden Tag Geld unterschrieben hat. Und dann auch nochmal 540.000 Euro allgemeine Kostenvergütung. Und dann auch nochmal Diät. Warte. Das sind dann ja auch nochmal etwa 600.000 Euro. Und dann. Also ich würde erstmal ein bisschen arbeiten noch. Um dann noch einmal wiedergewählt zu werden. Zehn Jahre sind glaube ich gut. Also man muss bedenken, es gibt Leute so von der CSU zum Beispiel, die sind hier schon seit über 20 Jahren drin. Aber aus Überzeugung. Denke ich auch. Weil sie dran glauben. An das Geld. Ja. Schauen doch auch wir mal näher hin. Sein berühmtes Zitat wurde bis heute weder relativiert noch zurückgenommen. Er sagte, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Schritt für Schritt.